Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe SE Talk PDEC 2017. Ich bin jetzt bei einer alten Bekannten von mir, André Audet. Er ist CEO, Chairman and CEO von Everton und Everton kenne ich jetzt schon, keine Ahnung, Jahre, Jahre, wenn nicht sogar Jahre. Und jetzt wird es spannender bei der Company und deswegen habe ich die Chance genutzt mit ihm ein Interview zu machen. Und was kommt? Ja, der Fokus der Company ist jetzt, nach vielen Jahren in dem Land arbeiten, wir sind jetzt auf der Drill-Stage von einem Projekt, den wir sehr interessiert haben, das wir denken, dass wir eine Copper-Porphyry-Discovery anbieten werden. Wir haben endlich die Konzession gegründet, während der Sommer, wir haben alle die Samplingen, und es hat eine Multi-Kilometre Gold- und Copper-Anomaly, und wir haben gerade die IP-Surveys, und es ist auch eine Multi-Kilometre Anomaly, steht unter einem hill, die Managua-Hill, und wir haben gerade drillen, über vier Tage vorhin, und wir werden drillen für die nächsten 90 Tage. Und wir sollten jetzt bekommen, in den nächsten Monaten, 45 Tage. So, der Hauptfokus ist ... Ist es das Projekt? Ja, es ist der Pontan-Projekt. Es hat jetzt veränderten Namen, weil wir jetzt alle fünf Jahre in dem Land verändern, um Arroyo Carpinero. Und, um, wir schauen, um Copper, mostly Copper, mit Gold-Equivalent. Okay. So, das ist der Hauptfokus für uns in der Dominikan-Republik. Und, was wir denken, will drive shareholder value in, in, in the near term. After that, we have a major drill-programm plan in Quebec, in Canada, by Hecla Mining, which is a large company. They'll be spending a million dollars drilling in the Openaco area, which is not very far from the Goldcorp Elinor Mine. And, just today, a company called Sirius announced a massive drill hole, four kilometers from our property. So, those, again, that will be another thing to look into during the summer. But, uh, by this project, with the joint venture with Hecla, or Hecla has earned in, you don't spend money. That's right. This is your money? This is your own money. And Quebec is the money from Hecla. That's right. Hecla is earning an interest. We're carried to feasibility in Quebec. Here, we're spending our own money, because this deposit looks like it's right at surface. Uh, it's right at surface, and we, it's an easier project. And, um, and we think, uh, it's gonna lead to the country's newest discovery. Um, you said before, and when we talked, five minutes before, that, especially today, uh, maybe Dominican coming in the new focus. Yeah, Dominican is becoming, uh, just today, Nico Eagle made a strategic investment of 22 and a half million in another Dominican company called Gold Quest. So, this will really put, uh, focus on the country as a premier mining destination. You already have Barrick, that has one of the biggest gold mines in the world, uh, making a billion dollars a year in profits. You've got a large nickel deposit called Falcondo. You have also other, other mines. So, this gives a lot of confidence in development of mining in that country. So, to summarize, uh, that's mean for this year, you're coming up with drill results, uh, from Quebec. You're coming up with drill results from, uh, your own project in the domain. Yeah, for the first time in many years, this will be one of our most active seasons. So, we think 2017 could be the year for Everton. I mean, we've been at this now for a long time. We're now at the stage of doing discovery drilling. In Quebec, we've been at it for over 10 years. We've now identified some, some, uh, really, uh, targets that we have a lot of confidence here. And in Dominican Republic, right now, we're drilling, and we think in the next month, we'll be able to announce this country's newest discovery. So, this is going to be an exciting year for us, and for shareholders. In the end, it's, it's good, right? Then, and also, that's mean, um, hopefully, your share price is starting a little bit to increase. Also, I think that this, uh, 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 message from, uh, Nico Eagle, that the investing in Goldwest is also positive for you. And, uh, people know that you are, have a really big land package here in, in Dominican. Yeah. Um, yeah. Good luck. Thank you. Thank you for the update, for my update, and, and for the first time for my subscribers. Yeah, that was a update from Everton. Like I said, the interesting thing is that they now bohren, since four days bohren they by their project in the Dominican Republic. Er hat mir gesagt, dass die Indikationen extrem gut sind, also sowohl, was die, die Surveys gegeben, die physikalischen Untersuchungen, als auch die Proben, die sie genommen haben. Die samples deuten alles hin auf ein Porphyry-System, und das werden sie jetzt einmal bohren, mit einem 3000 Meter Bohrprogramm. Bohrungen haben gestartet vor vier Tagen. Heckler investiert, die hat ein Earn-In-Agreement mit einem Projekt, das sie in Quebec haben. Da ist vor kurzem oder, glaube ich, vor gestern oder sowas, eine Meldung rausgekommen, dass eine Pfeil, der auf der letzten Seite auf der ersten Punkte von New York nämlich Gipfel und den Anfausten, die da auf der ersten Woche gehen. Aber wenn sie seit Vieredlosen oder Dresden, dann eher auf der ersten Woche hier haben, in der ersten Woche noch nie. Das kennen Sie, dass was einfach in der ersten Woche geht. Es war ein Ketchup für alle anderen und den seasonen.